Um 4.30 Uhr die Elekings verlieren gegen Vancouver Canucks mit 3 zu 7. Dann morgen um 1 Uhr. Und morgen um 1 Uhr. Boston Bruins gewinnt gegen Washington Capitals 6 zu 2. New Jersey Devils unterliegen Buffalo Sabres 1 zu 3. Carolina Hurricanes verliehen gegen die Detroit Weatherwings 3 zu 6. Tampa Bay Lightning unterliegen 0 zu 2 die Toronto Maple Leafs. Philadelphia Flyers gewinnt gegen Columbus Blue Jackets 3 zu 1. Um 1.30 Uhr Pittsburgh unterliegt Chicago 1 zu 3. Um 2 Uhr Minnesota Wild unterliegt Green Bay Jets. 2 zu 6. Um 3.30 Uhr Colorado Avalanche gegen Edmonton Eulers. Das Ganze geht 1 zu 7 aus für die Edmonton Eulers. Herzlichen Glückwunsch. Und um 4 Uhr NRM Ducks gegen Vancouver Canucks 3 zu 1 für die Ducks. Und die Vegas Golden Knights gegen Seattle Quicken. Das Ganze geht 3 zu 6 aus für die Vegas Golden Knights. Herzlichen Glückwunsch. So, das war's mit der letzten Woche der Regularly Season Woche 27. Mit den Predictions der NHL Season 2020-Fuie. Äh, 2 2020-Fuie. Teil 1 von 2. Mit den Predictions Woche 27. So, wenn auch das Video gefallen hat. Lass ein Däumchen nach oben da. Vergiss kein Appo. Dann nimm es das Glöckchen. Das nicht vergessen soll. Die Wehen dann verpasst ihr. Gar keine Benachrichtigung auf diesem Channel. Bis dann. Gut, okay. Ciao. Ciao. Ciao.